Erleben Sie etwas einmalig Aufregendes und buchen Sie noch heute Ihren Gyrocopterflug bei Never Come Back Tours. Steigen Sie ein in unser fliegendes Cabriolet und starten Sie zu einem atemberaubenden Ausflug. Wir bieten Ihnen Rumpflüge über Ihre Heimat, Tagesausflüge auf eine Nord- oder Ostseeinsel und Wochenendtouren quer durch Deutschland. Spüren Sie den Wind im Gesicht und fliegen Sie mit uns wie ein Engel um die Wolkentürme. Schweben Sie wie Peter Pan tief über die Landschaft und erleben Sie die Freiheit in Ihrer schönsten Form. Freuen Sie sich auf ein unvergessliches Abenteuer mit dem offenen Tragschrauber, einem der sichersten Ultraleichtflugzeuge. .